Vor dem Taucher mit den Schwierigkeiten sollte anhalten, wenn es merkt, dass die anderen nicht folgen. Auf diese Weise wird der Halt nach vorn weitergegeben, bis zum Führer an der Spitze. Während ihr absteigt, solltet ihr das Führungstau durch einen aus Daumen und Zeigefinger geformten Ring laufen lassen, ohne je den Kontakt zu verlieren. Auf dem Grund werdet ihr auch ein mithilfe einer Winde ausgerolltes Führungstau benutzen. Einer der Tauchpartner sollte schwimmend den Kontakt mit dem Tau halten, indem er es durch den aus Daumen und Zeigefinger geformten Ring laufen lässt, während der andere Partner mit ihm durch das Buddy-Tau verbunden ist.